Tagesinfos zum 8. August 2011. Montag Sonnenaufgang Stuttgart 6.07 morgens. Sonnenuntergang 8.52 abends. Tageslicht 14 Stunden 46 Minuten. 32. Kalenderwoche 220. Tag. Zunehmender Mond. Seeschlacht von Gravelines. Schwarzer Tag des deutschen Heeres. Afghanistan unabhängig. Großer Postzugraub. 40,3 Grad in Paulnenning. Geburtstag Roger Federer. Todestag Ilse Werner. Kirchliche Gedenktage Heiliger Dominikus. Toddiebstahl. Neun Tote. Flugzeugunfall in New York. Spaß in vollen Zügen. Streit zwischen FDP und Union. Haarteil aus Echthaar. Französin vor Gericht im Iran. Keine Power. Machtkampf bei den Taliban. Wasser in Sachsen. Nackt. Körperscanner. Fiedel wieder krank. Ende des Streits. Nicht so einfach.